Werfen wir einen Blick auf die unterschiedlichen V-Server-Server-Architekturen und wie sich das auch in den Preisen wieder auswirkt. Ich nehme hier zum Beispiel Hetzner, weil ich seit Jahren diesen Anbieter verwende, meiner Meinung nach auch günstig sind und für unsere Maker-Einsatzzwecke absolut ausreichend sind. Werfen wir mal einen Blick auf das Register Cloud, gehen unter Preise und klicken mal hier den linken Reiter an, und zwar die x86-Server-Architektur. Hier steht also schon, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, wir haben hier Intel und auch AMD-Prozessoren im Einsatz, sehen wir hier. Teilweise fangen wir hier mit einem CPU-Kern an, mit 4,50 Euro pro Monat. Reicht uns für wirklich nur M-Code-ID-Anwendungen ein bisschen Node-RED, wird das vollkommen ausreichen. Möchte man dann vielleicht aber schon ein bisschen mehr haben, einen eigenen Git-Server, möchte man vielleicht noch Nextcloud laufen haben, ist man dann natürlich sehr schnell an die Grenzen. Macht aber nichts, das Schöne bei Hetzner, skalieren geht sehr einfach mit einem Klick, das wird alles stündlich abgerechnet und kann dann hin und her switchen. Wir sehen auch die verschiedenen Server-Standorte und dann geht es dann relativ schnell nach oben, auch mit dem Preis, wenn man mehr Leistung will. Werfen wir jetzt einmal einen Blick auf den CPX 31 mit 4 Kernen und 8 GB RAM, zahlen wir jetzt 16 Euro. Wenn wir jetzt drauf gehen und einmal auf ARM64 uns rüber switchen, sehen wir bei 4 CPUs, 8 GB RAM, sind wir da bei fast der Hälfte. Und das ist jetzt schon ein großer Unterschied und dieses ARM64 wird vielleicht den einen oder anderen bekannt sein, wenn man in der Apple-Welt unterwegs ist, wird auch der ein oder andere Prozessor mit dieser Architektur eingesetzt. Jetzt stellt sich die Frage, warum soll ich denn nicht gleich 64, also dieses Prozessor-Architektur, verwenden. Es ist das erste Mal, warum sie günstiger sind, es gilt als energiesparender und deshalb kann hier mit dem Preis auch etwas variiert werden. Der große Nachteil, wenn man das so will, ist, dass es vielleicht noch nicht flächendeckend die Software-Lösungen unterstützt wird. Das heißt, unsere Docker-Images etc. müssen explizit auch hier dafür ausgerichtet sein. Meiner Meinung nach ist es ein laufender Prozess und ist auch schon sehr gut umgesetzt. Ich habe den Großteil bei mir schon auf ARM64 übersiedelt umgestellt aus Kostengründen. Und wenn man sich da anschaut, auch mit dieser Variante kann man schon eine gute Nextcloud-Instanz zum Beispiel laufen lassen und auch mit mehreren Usern. Und hat da im Großen und Ganzen hier wirklich eine sehr preisweite Lösung. Und auch hier für uns im Maker-Bereich mit zwei CPU-Kernen, 4 GB RAM, ist man sehr gut unterwegs mit 4,50 Euro. Ja, x86 länger etabliert, bessere oder schnellere Rechenleistung. Wir sehen auch hier sind wir dann bald einmal auch quasi limitiert. Aber wie gesagt, alles für uns im Hobby-Bereich reicht es leicht aus. Und ja, diese zwei Unterschiede gibt es mal bei der Auswahl. Wem das interessiert, in der Videobeschreibung gibt es einen Kubo-Code. Damit kriegt ihr einmal 20 Euro Ketzner-Guthaben. Wenn ihr euch registriert, könnt ihr es einmal ausprobieren und einmal schauen, wie denn hier diese Hetzner-Welt so funktioniert im Zusammenhang vielleicht mit dem ein oder anderen IUD-Projekt. Wem das interessiert, in der Videobeschreibung gibt es einen Kubo-Code.